Verständlich getestet, du. Leck mich, Alter. Die funktioniert einwandfrei. Es geht raus neben Flasch. Ich spüre, was mir in die Erde reingekliffen hat. Ich habe mich ausgestört. AAAAAAAH! Wie? Oh Gott! Oh, das ist miss. Junge! Alles andere wirft. Totaler Aids. Man meint mit, ich kann nicht laufen. Das Problem. Dann nimm nur so große Finger. Das ist scheiße, da lang zu gehen, ne? Ja, so. Einer. Vier Schuss. Läuft mehr zu sagen. Alles klar, Alter. Oh, nichts. Tommy, der ist geil. Einfach dran. Klasse. So, einer. Oh nein. Was dann? Der hat ne A... Immer noch nicht. Ich kann nicht laufen. Sorry, du standst in meinem Schuss, Sammy. Woffen. Check ich manchmal nicht. Ich bin tot. Steuerung gar nicht benutzen. 2 Sekunden lang nicht laufen. Hast du dein Mauspad mal eingesteckt und ausgesteckt? Ja. Mauspad eingesteckt, ausgesteckt? Ja. Ich habe zwar ne Funktastatur, aber ja, ich hab's in irgendwas spackt mit dem Game. Keine Ahnung, weil... Komischerweise leuchten die Tasten auch nicht, WASD. Das ist echt komisch. Ja, Schäfer. Gut dann. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh Mann! Ich bin tot. Okay, ich spiel jetzt. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Ich muss langsam verspielen. Ja, push in Mitte. Haben ein CS-GO-Update? Kann das sein? Nachdem wir irgendwas abgeändert haben. Der Gaia hat doch schon drauf, der Typ. Pass auf, die pushen. Vielleicht doch wieder P90 spiel. Nice. Nice Einer Topmatch schon? Es kann nicht sein, ich sag's dir, es kann nicht sein Ey, ich... Kann wirklich nicht sein Der Tod Erzählt Deine Ass Warte mal, hab ich vielleicht irgendwie angemacht? Kannst du nicht angemacht Boah Es läuft so viel besser Das Problem liegt meist Ne, ich hab nur noch Mal einen T-Spawn Gelong Ich sag, guck... Gelong, gelong, gelong Ah, der ist Mitte Oh Gott Yo Oh Äh... Die gerade Arme an einem PC So glatt warst du... Oder jemand Ah, ich hab mich erschrocken! Oh mein Gott, ich hab mich erwartet, dass er so close steht Wie ist das? Ich darf das Ja, guten Abend Wo lag denn dein Handy? Ich äh... Ich äh... Äh... Ich soll nur gucken, ich will da nicht genau Okay Ich hab das Handy aufs Bett geschmissen Ich hatte was viel geileres Mal hab ich's Mauspid Mauspid relativ schwarz Handy rückwärts drauf gelegt Handy ist schwarz, Hölle ist grau Ich hab es ewig nicht gefallen Und das geilste ist Dann hab ich auch dieses Tollfaminil mit Akkus leer Weißt du, was noch geiler ist? Was denn? Handy oben aufs Auto gepackt Neee Anruf bekommen während der Fahrt Hab mich gewundert Tami, ich muss die Steps hören Wollte ich jetzt gerne sagen Ich möchte nur, dass du leise bist Geil Hab ich's dann erst mitbekommen Als derjenige, der angerufen hat Über Freisprich gesagt hat Er hört massive Windgeräusche Es ist nicht runtergefallen Es ist liegen geblieben durch die Hülle Das ganze hab ich auch schon mal mit Meckes Cola geschafft Und mit ner kompletten Tüte Deswegen am besten nix aufs Autodach legen Hinten eingel... äh... hinten lassen Auf der Ampe hat mich jener angekatscht Äh, licht dein Hut ablaufen Da dachte ich so Scheiße! Weißt du, Tommi, was dazu mein Gedanke ist? Wie ruhig fährst du, dass das liegen bleibt Offenbar Alter, ich hab die so... Irgendwie ist keiner verreckt So ne scheiß Auto gepasst Ey, das... Keiner K Das coolste ist eigentlich immer noch das Sideboard Wie lang komm? Irgendwie noch mal weiter Ich mach ne, glaub ich Ich bin... Ja... Das ist ja... Was ich alles macht Und du so viel da Weil... Er eh nur Max... Keiner... Tsch... Peek mich doch Du stirbst Ne Die Joke Geil! Geil! Durch im Kopf, Alter! Das steht aber aus Star Trek. Hm? Star Trek TM. Wo? Nee. Okay. Doch. Ich dachte, das wär weg. Oh, ich hab ihn auch gehört. Die Waffe war zu verlockend. Kann er bitte so viel Glück haben? Kann er bitte laufen und gleichzeitig schießen? Indem du W drückst und links klickst. Schön wär's, wenn's ginge. Oh mein... Lustig film, wenn er nachher eh nicht Presse bekommt. Wenn du, äh, kannst die AK safen? Danke. Einmal abgeschossen, weil er immer von mir... Ich meine, der andere wird rechts. So ein Tanne war jemand. Wenn wir nochmal eine AK safen, das wird immer noch bleiben. Junge! Ich... 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 Fick dich. So ein Newslist. Ist noch ein Tanne war wahrscheinlich... Übermitte rot hier. Sehr schön. Da kriegt man gerade Füße von. Den hatte ich heute, äh... Zu trinken. Wunder schön. Energy. Ist nichts. Oh mein... Essen. Ich hasse den M4. Bomberring. 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 Schade. Schmutz. Scheiße. Bis zum nächsten Mal.